Hallo Leute, weiter geht's mit dem Finalkampf im Halbschwergewicht der Klasse B bei den Hessenmeisterschaften ausgestattet vom CSC Frankfurt in der Rotnecke, vom Boxkümm-Uppercut Gießen, Dija Erdem und in der Blaunecke für die Eintracht aus Frankfurt, Dinell Grazer. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team und Partner der Verein. Rekhaar von der Eint! Applaus Ja, 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 ja. Applaus A Applaus 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 Glockenläuten Jif-Ihr! Jif-Ihr! Jaff! Jif-Ihr! Jif-Ihr! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Geht's! Alle Stimmen von den Trainerinnen und Kläuten der Räder der Böse, der einen Räder der Böse, der einen Räder zu tun hat. Ich denke, wir haben einen Räder, der einen Räder von Hamburg.